Geht es um die feminine Ausstrahlung. Es ist ein fitnessorientiertes Bodybuilding. Diane Jardim aus Australien. Sie ist eine gebürtige Portugiesin, ist die amtierende australische Meisterin und wird demnächst wohl nach Europa übersiedeln und dann auch als Fotomodell arbeiten. Sie gewann die Woche zuvor den 9. Miss World Grand Prix in Frankfurt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017